Die Make-Up-Künstlerin Carina Pusch feiert vor dem Landgericht Köln einen Sieg gegen YouTuber und Sneaker-Experte Apo Red, der uns ja gerade noch mit einem aktuellen YouTube-Video einen Einblick in seine Wahrheit gegeben hat. Und ausgerechnet um das Thema Wahrheit geht es auch in dem neuen Video von Carina Pusch, in dem sie das Gerichtsverfahren darstellt und dort vom Landgericht Köln hat aufdecken lassen, was Wahrheit und was Lüge ist. Ich habe es gestern Abend schon angekündigt, es wird noch einen zweiten Teil zum Thema Apo Red geben, der taugt einfach verdammt viel Jura. Heute geht es um allgemeines Persönlichkeitsrecht, um die Wahrheit, um die Lüge und wir schauen uns mal das Verfahren von Carina an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn ihr auch zum Thema Apo Red, rechtlich up-to-date bleiben wollt. Ja, worum es dem Gericht hier ging, da würde ich sagen, sneaken wir uns da mal rein, auf den rechtlichen Hasen angelehnt. Und da gab es ein Video von Carina Pusch und ihr seht das hier. Sie sagt, ich habe Apo Red verklagt und gewonnen. Ein viel beachtetes Video, fast eine Stunde lang. Wir hören uns nur mal die ersten paar Sekunden an jetzt gleich und da erklärt sie, was genau passiert ist. Sie selbst hat den Kanal Push Art, das heißt sie ist Make-up-Künstlerin und erzählt von ihren Erfahrungen aus dem Gerichtsverfahren. Es geht um Täter-Opfer-Umkehr, um Hate-Kommentare, um persönliche Belastung eines so langen Gerichtsverfahrens. Es ging über viele Jahre und wir wollen uns die rechtliche Seite von Carinas Schilderungen mal anschauen. Wir haben uns auch mit dem Landgericht Köln in Verbindung gesetzt und viele der Schilderungen von Carina hat uns eine Mitarbeiterin des Landgerichts Kölns so geschildert und bestätigt. Also was ist passiert? Auf der Gangtour 2016, da gab es Creator wie Simon Desue, Ape Crime oder Shirin David, die ging damals durch Deutschland, war auch Carina Pusch als Make-up-Künstlerin engagiert. Sie schminkte zwei Schülerinnen für ein Umstyling, Ape Red war auch mit im Raum, hat wohl da schon merkwürdige, flirtige Andeutungen gemacht, so sagt Carina. Sie war dann nachher fertig mit Schminken, war mit Ape Red alleine im Raum und laut ihr hätte er weiter flirtige Sprüche gemacht und hätte sowas gesagt wie, du bist ja hübsch und soll dann an ihr vorbeigegangen sein und wollte offenbar mit seinen Rap-Skills flexen und ja, nachdem sie gesagt hat, ich will das nicht, ging er in die Offensive, hat ihr ohne Einwilligung die Schultern massiert und auch nachdem sie sich weggedreht hat, hat er gefragt, was sie heute Abend so macht. So, das war erstmal der Case, was passiert sein soll. Carina ist aus dem Raum gegangen, das ist die Situation, um die es erstmal ging. Sie hat dazu erstmal nichts weiter gesagt, hat sich aber später mit der YouTuberin Sylvie Karlsson solidarisiert. Die hat von ähnlichen Belästigungserfahrungen im Kontext des Web-Videopreises 2016 berichtet. Und genau mit dieser Sylvie Karlsson hat sich Carina Pusch solidarisiert. Jetzt schauen wir uns mal an, was Sylvie Karlsson damals berichtet hat und wie sich dann hier Carina solidarisiert hat. Das war so ein Freund des guten Geschmacks. Entweder ihr habt das Video angeklickt, weil ihr Abonnent von mir seid oder weil ihr den Titel so spannend fandet. Habe ich mit Absicht so gewählt, damit das viele Leute sehen. Normalerweise bin ich ja eher nicht so unterwegs, aber ja, zwei YouTuber haben mich sexuell belästigt. Sie führt das dann noch weiter aus, nennt erstmal keinen Namen der Täter. Allerdings gab es später ein Video von Mimi, den kennt er auch. Das ist jemand, der, sagen wir mal, immer mal wieder etwas zu Leon Machère und ApoRed zu sagen hatte in der Vergangenheit. Komme ich auch noch gleich darauf hin. Und Mimi erwähnt in einem Nebensatz, dass es sich bei den YouTubern aus Sylvis Videos wohl um Leon Machère und ApoRed handeln soll. Das wiederum hat ApoRed zum Anlass genommen und hat in einem Video Sylvie eine Lügnerin genannt. 20 Minuten hat er darüber gesprochen, wie falsch das gewesen sei. Und ja, wie ApoRed auf dieses Video von Sylvie reagiert hat, zeige ich euch hier. Also hier hat er das folgende gesagt. Ja, also wie kann ich sie hochnehmen, hat sich ApoRed, Sherlock Holmes, Conan in einer Person, Digga, gedacht. Und wollte damit sozusagen sagen, sie ist im Unrecht, ich bin im Recht. Also hat dann mit diesen 20 Minuten reagiert auf Sylvie. Und das hat dann wiederum besagte Carina Pusch auf den Plan gerufen. Hat gesagt, okay, jetzt reicht es mir, jetzt gehe ich auch an die Öffentlichkeit. Jetzt berichte ich, was mir widerfahren ist. Also diese Massagesituation wollte sie dann sozusagen öffentlich machen. Und hat dann mehrere Instagram-Stories gepostet und den Vorfall bei der Gang-Tour entsprechend berichtet. ApoRed hat die Gelegenheit gerochen und veröffentlichte danach über 16 Stunden Content, in denen er die Anschuldigungen dementierte und jetzt auch Carina Pusch als Lügnerin hinstellte. Oder in seinen Worten, er hat gesagt, sie würde nur Scheiße labern. Und in ihrem Video schildert Carina, wie es ihr ergangen ist, nachdem diese Instagram-Posts veröffentlicht worden sind. Da gucken wir auch mal ganz kurz rein. Ich wurde bombardiert mit Nachrichten von Leuten. Ganz viele Hassnachrichten habe ich gekriegt. Und ApoRed hat in den kommenden Monaten daraufhin über 16 Stunden Videomaterial hochgeladen, in Form von etlichen YouTube-Videos. Ich glaube, er hat in den ersten paar Wochen irgendwie 70.000 neue Abonnenten dazu gekriegt. Teilweise hatten die Videos über 500.000 Aufrufe, wo mein Name auch immer mit eingeblendet war. Er hat Twitch-Streams gemacht, hat Insta-Stories gemacht, auf TikTok sich dazu geäußert. Also es wurde komplett ausgeschlachtet, diese ganze Situation. Ich wurde von ihm als Straftäterin hingestellt oder dass mein Freund und ich Rassisten werden. Was so ein Schwachsinn. Also mit anderen Worten, er hat sie richtig fertig gemacht, muss man sagen. Das ging auch lange gut und hat die Zuschauerzahlen eben entsprechend in die Höhe schießen lassen, bis er dann vor Gericht stand. Denn Carina hat ihn vor Gericht gezogen. Sie hat ihn verklagt auf Unterlassung diverser Aussagen, unter anderem zu der Aussage, dass sie Scheiße labern würde. Und unser Apo-R-E-D-Sherlock-Holmes-Detektiv Conan in einer Person, Digga, konnte dem Landgericht Köln seine eigenen Argumente nicht glaubhaft machen und verlor haushoch. Wie er verloren hat und was da passiert ist, das zeige ich euch jetzt gleich. Aber erstmal noch ganz kurz zu einem anderen Gerichtsverfahren, nämlich unseren ganzen Gerichtsverfahren gegen dieser Tausende haben wir angestrengt, denn viele von euch haben unseren Checker genutzt. Über den QR-Code, über den Link in der Caption unten kommt ihr auf diese Seite. Checkt kurz aus, ob ihr von dieser Datenleck betroffen seid. Falls ja, versuchen wir 1.000 Euro für euch geltend zu machen. Verpasst ihr jetzt nicht eure Chance auf 1.000 Euro? Jetzt schauen wir uns erstmal das Gerichtsverfahren an, was Carina gegen Apo-R-E-D geführt hat. Ja, und sie hat dann tatsächlich einen dicken, dicken Sieg errungen und den hat sie hier mal geschildert. Gewonnen. Hier ist das Urteil 19 Seiten lang und ich habe vom Landgericht Köln sogar den Vollbeweis ausgestellt bekommen. Das heißt, es ist... Gucken wir mal rein. Das hat das Landgericht Köln hier gesagt. Die Äußerungen der Klägerin berühren zwar das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Beklagten, also mit anderen Worten, da sage ich gleich was zu, das Persönlichkeitsrecht von Apo-R-E-D wurde verletzt durch ihre Äußerungen. Also sie hat sich ja zu ihm geäußert und was er da in dieser Situation gemacht hat, sie massiert hat. Bei der notwendigen Abwägung fällt hier entscheidend ins Gewicht, dass die Äußerungen wahr sind. Die insoweit wegen des ehrenrührigeren Inhalts der Aussagen beweisbelastete Klägerin, sie, hat den Wahrheitsbeweis zur vollen, also Carina, zur vollen Überzeugung der Kammer erbracht. Das ist schon ein ziemlicher Kracher, der hier erreicht worden ist. Hören wir uns mal an, was sie dazu sagt. Ist jetzt mit Beweis festgestellt worden, dass ich von Anfang an die Wahrheit gesagt habe. Dieses Urteil ist einfach eine absolute Zerstörung. Wie mein Anwalt schon meinte, besser hätte man den Fall hier eigentlich gar nicht gewinnen können. Es war quasi eine Eins plus mit Sternchen. Kann ich bestätigen, tatsächlich, weil das Landgericht sagt, ja, man kann jetzt nicht alles über jeden äußern. Aber in diesem Falle durfte man das äußern, denn sie konnte auch noch beweisen, dass das Ganze wahr ist. Und warum sie das beweisen musste, ja, da sage ich auch noch gleich etwas zu. Wir haben beim Landgericht Köln nachgefragt, die haben uns den Gang des Verfahrens geschildert. Und die haben gesagt, naja, es ging zunächst im Eilverfahren schon 2020 eine sogenannte einstweilige Verfügung gegen Apo Red, dass er diese Aussagen, dass sie eine Lügnerin ist, unterlassen soll und auch, dass sie nur Scheiße labert. Ja, und dann gab es diese einstweilige Verfügung, die nur vorübergehend ist. Da prüft das Gericht nur ganz schnell über den Daumen. Und da sie allerdings jetzt Klarheit haben wollte, ist sie noch voll vor das Landgericht in Hauptsacheverfahren gegangen. Aber schon das Eilverfahren hat so Kosten von, ich würde mal sagen, zweieinhalbtausend Euro verursacht. Denn der Streitwert war 20.000 Euro. Das ist immer so der Wert, an dem sich unsere Anwaltsgebühren berichtet. Mit dem Messen und Hauptsacheverfahren nochmal 40.000 Euro. Sodass es insgesamt wahrscheinlich so um roundabout 8.000 Euro Kosten des Verfahrens geht, die der Verlierer dann zu tragen hat. Also Carina, recht mutig, ist da ins Verfahren reingegangen. Ja, und dann hat sie eben ein Urteil bekommen am 16. November 2022. Das ist also schon eine ganze Zeit lang her. Und in der Hauptsache, da wurden 16 Stunden Videomaterial von Apo Red gesichtet. Es gab drei Gesichtstermine, Gerichtstermine, gab eine Beweisaufnahme. Und das Landgericht hat gesagt, dass hier ein Unterlassungsanspruch wegen unwahrer Tatsachenbehauptung gegen Apo Red besteht. Das heißt, er hat nicht die Wahrheit gesagt. Wir dürfen zwar in Deutschland unsere Meinungen sagen, aber das hört immer da auf, wenn wir Falsches über Personen behaupten. Und nach Meinung des Landgerichts Kölns hat Apo Red zum Beispiel, wenn er sagt, sie sagt nur Scheiße, also sie ist eine Lügnerin, hat er damit die Unwahrheit gesagt. Ja, und das sehr bewusst. Und Fakt ist auch, jetzt muss er unterlassen, sie als Lügnerin darzustellen. Carina beklagt sich da noch, dass sie sagt, sie musste die ganzen Beweise ins Verfahren einbringen. Und das wäre wahnsinnig aufwendig gewesen, diesen Prozess zu führen. Sie musste alles sehr genau Apo Red nachweisen. Und da muss ich sagen, ja, das ist leider so im Zivilprozess. Derjenige, der von einem anderen etwas will, muss das auch beweisen. Hier wollte sie, dass Apo Red diese Aussagen über sie unterlässt. Ja, und da muss sie sich eben erstmal die Beweise beschaffen und konnte hier nachweisen, dass eben sie die ganze Wahrheit gesagt hat. Und damit ist die Aussage, sie sei eine Lügnerin, die Unwahrheit. Also Apo Red hat dann die Unwahrheit über sie gesagt. Interessant ist, Apo Red hätte natürlich jetzt Gegenbeweise bringen können, das konnte er offenbar nicht. Denn zu den Schilderungen von Apo Red selbst, da sagte das Gericht folgendes. Ihr seht, ich habe ganz viel hier markiert, zum Beispiel als Mini-Einblick schon mal. Die Kammer hat den Beklagten persönlich zu den Geschehnissen vom 26.05.2016 angehört aus seiner Darstellung. Er gibt sich aber keine Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit seiner Darstellung. Auf jeden Fall sehr süß, wie die Richter es auch nochmal unterstrichen haben, dass es da keine Möglichkeit gibt. Also er hat dann, nach meinem Berichter, ganz klar die Unwahrheit gesagt. Oder auch ein guter Satz, dieser dürftigen und lückenhaften Schilderungen kann die Kammer kein Anzeichen dafür entnehmen, dass sich der Vorfall, wie vom Beklagten behauptet, zugetragen haben könnte. Also da muss man sagen, hat Apo Red oder sein Anwalt keinen guten Job hingelegt, weil alles letztlich haltlos war. Man kann sich jetzt vorstellen, wie die Argumentation von Apo Red im Gerichtssaal bei der Kammer angekommen ist. Seine Argumente konnte der Allerechte nicht so gut reinsneaken, ganz offenbar, um es in seiner Sprache zu sagen. Und in der Öffentlichkeit hatte Apo Red oft argumentiert, dass er ja streng gläubiger Muslim sei, der zudem nicht gut mit Frauen könne und sich oft nicht mal traue, sie anzusprechen. Ja, der bereits genannte Mimi, der hat in seiner Entschuldigung Teil 10 an Apo Red mal das ganz, ganz leicht bezweifelt, dass das bei Apo Red so gegeben sei. Gucken wir auch mal rein, was Mimi da gesagt hat. Das ist ein ganz aktuelles Video und ihr seht, das hat auch schon 1,1 Millionen Aufrufe hier. ...dass er dann 2016 angeblich nicht mit einer Frau in einem Raum sein konnte, denn da wo er herkommt, ist es nicht so mit Frauen. Die haben sich jedenfalls auch getroffen. Er hat ihr erzählt, dass er einen Bodycount von über 200 hat und bis 21 Jungfrau war. Was bedeuten würde, dass er selbst bei 200 im Durchschnitt 7 Jahre am Stück weit häufiger als alle 2 Wochen eine neue geflankt hat. Ich bin kein Frauenheld, Bro. Ich bin kein Frauenheld. Ja, Apo Red hat auf jeden Fall alle Entscheidungen im Leben am Islam ausgerichtet. Das ist halt meine Lebensordnung. Also, dass dieses Argument dann offenbar nicht beim Landgericht Köln verfangen hat, ist wenig verwunderlich. Das sagte dann hier nach Carinas Aussage folgendes. Eine Aussage wird zum Beispiel gesagt, diese Aussage hält die Kammer für glaubhaft. Die Aussage ist in sich stimmig, widerspruchsfrei, nachvollziehbar. Das bezieht sich jetzt auf die Aussagen von Carina, denn der hat ja das Landgericht letztlich geglaubt. Und detailreich. Und auch sehr schön, der von der Öffentlichkeit lebende Beklagte muss sich dieser Auseinandersetzung stellen und hat die Äußerung, der Klägerin daher hinzunehmen. Also, er wollte ja stoppen und sagte, das sind ja hier geheime Details. Das muss ich doch stoppen können, was ich da in dem Raum mit ihr alleine mache. Da muss doch keiner was von wissen. Und da sagt aber die Kammer, doch, doch, das muss er hinnehmen. Gesagt, ApoRed kann jetzt mal die Schnauze halten und ich werde jetzt reden. Denn ich habe die letzten drei Jahre zu dem Fall geschwiegen, weil das ja alles hinter den Kulissen abgegangen ist. Ist auch erstmal richtig. Also erstmal so ein Gerichtsverfahren durchziehen, bevor man sich in die Öffentlichkeit begibt, das sich erstmal jetzt abgewartet hat. Kann ich schon nachvollziehen. Interessant ist halt, dass das Landgerät noch zusätzlich gesagt hat, ja, sie darf darüber auch berichten über den ganzen Vorfall, auch wenn er vielleicht in den Privatbereich von ApoRed reinkommt. Aber da wurde eben gesagt, das war ja eine öffentliche Veranstaltung. Die waren in so einem Schwingraum zusammen, da darf sie sehr wohl darüber berichten, auch wenn der Vorfall hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat, denn sie konnte darlegen, das ist die Wahrheit. Und bei einer Person, die so in der Öffentlichkeit steht wie ApoRed, muss man sich auch öffentlich damit auseinandersetzen können, wie er seinerzeit mit Frauen umgegangen ist. Also, Carina feiert den Sieg aus rechtlicher Perspektive und das Gericht hat bestätigt, dass ApoRed sie nicht mehr als Lügerin bezeichnen darf. Sie selbst sagt aber auch, dass die Sache ihr persönlich jetzt nicht gerade viel gebracht hat. Sie hat die Kosten tragen müssen, zumindest die Kosten des landgerichtlichen Urteils, hat ApoRed ihr noch nicht erstattet. Ich habe es mal durchgerechnet, das dürften so um die 6000 Euro sein, die alleine das erste, das landgerichtliche Urteil an Kosten verursacht hat. Und da wir ja alle wissen, dass ApoRed sich im Insee-Modus befindet, wird er davon auch nicht so super viel latzen können. Also, das wird für sie doof ausgehen, weil sie da erstmal auf ihrem Geld sitzen bleiben wird. Vielleicht kommen auch nochmal 3.000, 4.000 Euro aus dem Eilverfahren zu, dann werden es schon 10.000 Euro heftige Angelegenheit. Andererseits hat sie jetzt sich durchgesetzt, sie hat sich nicht diese ganze stundenlange Berichterstattung von ApoRed über sich mehr gehen lassen wollen. Und hat sich deswegen gewehrt. Und das ist das einzig Wahre und Richtige, was man tun kann, sich wehren. Dass er zwischendurch in den Insee-Modus gegangen ist und sie jetzt nicht bezahlen kann, ist natürlich bitter. Da muss man dann schauen, ob er eine Restschuldbefreiung nachher bekommt oder wie das ganze Verfahren um ihn da ausgeht. Und ob vielleicht später da nochmal was zu holen ist. Mit dem Titel kann sie jedenfalls erstmal 30 Jahre lang versuchen, noch Geld von ihm zu bekommen. Also, ja, ich hoffe, das war jetzt erstmal mein letztes Video rund um das Thema ApoRed. Ich halte euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn es da was Neues gibt. Also abonniert gerne den Kanal, postet eure Comments unten in die Kommentarspalten. Bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier noch länger meine Gäste bleibt. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin. Tschüss und bis dahin.